Ich brauche einen Verband. Kann ich dich da drauf tun? Oh Mist, jetzt kann ich den Verband nicht mehr benutzen. Ähm, Nico? Ach nee, kann einer mal herkommen, bitte ganz kurz? Ich muss kurz schlafen, ich habe null Energie. Ich komme. Ich habe hier nämlich was liegen und ich habe leider alles voll gerade. Ähm, könntest du gegebenenfalls den... Ich muss ganz kurz meine Kopfhörer richten. Ja, mach das. Ja. Kannst du die schwache Fackel hier nehmen? Damit die nicht verloren geht, weißt du? Jep. Dankeschön. Ich bin durstig. Oh ja, ich muss auch was trinken. Ich habe nur zwei leer getrunken. Meist ist noch da. Ich brauche einen Verband, ihr Lieben. Er hat gerade gesagt, I'm so hungry. Ähm, ich gucke gerade mal. Hier ist Koda, da muss ich glaube ich... Ich hatte 20 Pfeile im Inventor, die sind alle weg. So ein Kack. Ärgert mich ein bisschen. Da musst du diese Pflanzen finden. Ich weiß. Ja, ich suche auch schon. Ich suche schon die ganze Zeit danach. Ich habe eine Nuss gefunden. Woher... Ja. Ach Gott. Ich höre nicht Bienen, ich höre Fliegen. Ich habe Tierexkremente gefunden. Oh. Oh. Kann man vielleicht verwenden, alles wichtig. Ringer. Safe. Bestimmt können wir was anbauen. Hobbygärtner Nico schlägt wieder zu. Oh, ich habe fünf Larven gefunden. Wenn jemand akute Proteinmangel hat und gute geistige Gesundheit. Aber nur beides. Ach komm, zwei Holzscheite fallen da nur raus. Boah, ein Pfeil. Boah, ist das teuer. Also aus einem Ara kann man drei Pfeile herstellen. Das ist nicht so viel, würde ich sagen. Nein. Okay, den Baum kann ich nicht fällen. Okay, ich muss pennen gehen. Ich auch. Wir haben leider nur eine Hängematte. Oh, oh. Ich habe Kokosnuss. Nico. Oh ja. Nico, 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 du kümmerst mich drum. Ich muss nämlich echt pennen gehen. Okay, ich bin ohnmächtig geworden. Kann mich jemand retten? Natürlich, Koda, ich komme. Weil ich penne nämlich gleich auf dem Weg. Bitte aufstehen. Dankeschön. Ich gehe direkt schlafen. Ich war schon auf dem Weg. Ich habe übrigens auch gerade einen Knochen gefunden. Falls einer. Ich habe auch ein bisschen. Den kann man mit, leg ruhig hin, Koda. Die wollte ich gerade nehmen. Achso, okay. Ich wollte die nur mit ins Dorf nehmen, damit wir. Ich bastel nämlich was daraus. So, nehmen. Dann. Herstellen. Ich muss mich ganz kurz waschen und dann gehe ich schlafen. Der Alex ist ja gerade noch. So. Jetzt kannst du. Alex, warte schnell. Ich habe was für dich. Er ist zwar jetzt noch leer, aber du hast schon mal sowas wie eine Wasserflasche. Ich habe keinen Platz, Nico. Oh. Ich habe keinen Platz. Du kannst nämlich. Du kannst mal schlafen. Genau. Koda legt sich penne. Echt, du hast gar keinen Platz dafür, Digga. Nein. Okay. Schade. Nico. Nico hier. Ja, was? Ja. Oh, danke. Take them. Oh, da kann ich gleich eine essen. Mhm. Weil, okay, ich könnte dir die halt mitgeben. Die ist jetzt voll auf deinen Reisen. Falls du wieder losgehst. Ich gehe gerade los. Ich versuche mal was zu erlegen. Oh, hier ist ein Pilz. Voila. Ich würde übrigens vorschlagen, dass wir in einem Rutsch aufnehmen. Also nicht mal mit Pausen und so. Okay. Das wird sonst zu nervig. Ah, shit. Uiuiui. Ich bin in irgendetwas reingelaufen und ja, ich sollte wieder zurückkommen. Shit, shit. Uiuiui. Hört sich ja nicht so gut an. Ich bin in irgendwas reingelaufen. Oh. Ich glaube, das waren Ameisen. Ach. Oh, warte, warte, warte. Ich habe doch den Verband. Das müsste doch. Wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Ich habe nur noch ein Vogelnest mit. Ich lege dir Verband hin. Probier den mal. Wo ist er denn? Dann probier mal, ob du den auflegen kannst. Okay. Gut, ich bin, ich bin jetzt halt überall. Aber ich probier's mal. Okay. Geht's? Wir haben einen Eintrag bekommen. Aber konntest du ihn auflegen? Ja, ja, das konnte ich. Ah ja, dann ist es gut. Nee, weil auf Bluten würde er nicht passen. Du hast Tabak gefunden. Das war Tabak gewesen. Nee, das war Funk hier. Ja, da stand aber Tabak. Also wir haben einen Tabak-Eintrag bekommen. Ich verstimmen, ihr Lieben. Cool. Ui. Das ist, äh, ja. Du hast, du musst mal auf deine Uhr gucken. Ja. Ich hab vor allem eine Wunde, die ich nicht verbinden kann. Ja, ich versuch dir mal. Du musst gucken, ob du genug zu essen hast. Du musst gucken, ob du... Das weiß ich. Ich hab vorhin ne Mal, äh, ne Larve gegessen, weil ich nix zu essen hatte. Und dann, äh, das gibt ja ein bisschen Minus. Willst du, willst du Bananen haben? Okay, ich hab noch ein paar Bananen aufgesteckt. Ich find schon was. Oh, das hier ist irgendwas. Ich glaub, ich hab Tabak. Ich glaub, ich auch. Das ist mega creepy. Nico, ich komm zu dir. Ich hab Tabak. Das ist komisch, gell? Oh, fuck, ich hab Egelwatte. Naja, süß. Ich muss mich auch mal gucken, bin ich irgendwie dreckig oder? Lust dich. Wir können uns auch Rüstung dann herstellen, irgendwie. Ja. Ich frag mich noch nicht, wie das geht. Ich glaub, das wird... Leute! Ja? Ja? Ich hab Angst. Die Stimmen machen nix. Die sind nur in deinem Kopf. Ja, ich weiß, aber irgendwann kommen die Typen, oder? Nö, bisher noch nicht. Also irgendwann kommt die mal bestimmt, aber dann hauen wir denen mit uns und sperren hoffentlich ordentlich eine auf die Güschen. Echt, die Stimmen machen nix. Ich dachte, irgendwann... Hm, du wirst vielleicht verrückt, aber sonst... Nee, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was die Stimmen machen. Ich hatte fünf Egel, das war vielleicht so gut. Das war nicht so. Cora, falls du eine Aufgabe brauchst, wir brauchen ganz, ganz viele Bananenblätter. Ja, ich hab's schon gesehen, ich werd mich jetzt beteiligen. Ähm... Dein Körper sagt mir, ich soll gucken, ich hab irgendwas. Ich hab Verbandsblätter bekommen. Egal. Aber jemand muss zu mir kommen, ich bin komplett überladen. Ich wüsste gar nicht, wo ich bin. Oh, ein Egel. Okay, das war's. Ja, ich... Ja, das ist das Problem, Alex. Hm... Ich glaub, diese Kla... Oh! Da war Liane irgendwo, die brauch ich. Okay. Cora, hast du Seile? Ja. Okay. Das ist noch minimal creepy. Haben deine Stimmen auch Seile? Die haben auch Seile. Ich hab Tierexkremente gefunden, aber die sind mir zu schwer, ich kann die nicht mitnehmen. Mal bestimmt von einem Elefanten. Nico. Der muss der Kaka. Oh, ich war so hitz. Girl, ich brauch was zu trinken. Da ist noch eine Liane, geil. Okay. Hallo, Alex. Hi, ich bin wieder da. Okay, Cora, was brauchst du jetzt von mir? Ja. Das Spiel sagt mir, ich soll auf meine Uhr schauen. Ein Verband wäre nice, ein ganz normaler, bitte. Ja, ich weiß auch, dass ich Fett und Protein brauche. Ja, Nico, warte. Warte hier. Axt. Axt. Und hat irgendjemand was, was geistige Gesundheit erhöht? Vielen Dank, Alex. Bitte. Ähm... Wer hat denn bitte eine Axt gefunden? Ja, ich würde gerne wollen, dass das Fleisch hier mal und so, aber... Oh, okay, ich habe eine Nuss gefunden. Die kann ich nur empfehlen, wenn man Fett braucht. Ähm... Haben wir denn ein Feuer? Noch nicht. Ich habe erst die Stände gebaut, damit der Regen nicht immer das Feuer ausmacht. Mhm. Aber gleich. Ich bin... Ich bin dabei, Alex. Ich frage nur, weil... Ich habe so viel Zeug dabei. Ich... Ja, eigentlich wollte ich deswegen auch die blöde Lagerkäste bauen. Okay, ich brauche Fett. Ich werde langsam verrückt. Ja, komm her zu mir. Ich habe doch gesagt, ich habe Essen ohne Ende. Fett ist Nüsse. Ja. Als Alex Nüsse hat. Ähm... Hast du Parasiten? Weiß ich nicht. Du musst du gucken. Du musst unten links gucken. Wo werden die... Nö, da wird nichts angezeigt. Da wird nur Ohr angezeigt. Ja. Dann... Du wirst immer ein... Dann hast du nichts. Ich hatte gerade einen Blutegel. Ähm... Was kenne ich dir? Ich habe... Ich habe Kohlenhydrate, viele Kohlenhydrate hier. Ich gebe dir mal zwei Bananen. Ähm... Ich habe eine unbekannte Blume auch. Ich weiß nicht, was ich mit da anfangen soll. Die kannst du versuchen, mit einem Verband zu kombinieren. Das wirst du. Ja. Ich brauche eine lange Stöcke. So, Kora, wie sieht es aus bei dir? Bei mir ist eigentlich alles okay. Ich habe halt nur gar kein Fett. Nee, gar kein. Was ist denn? Protein ist das, glaube ich. Das rote. Ich kann... Ja, dazu brauchst du Fleisch. Das ist... Ja, aber ich werde langsam immer verrückter. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, das ist... Ja, dann werde ich bestimmt auch gleich verrückt. Wir haben ja vielleicht... Wir brauchen nur diese blöde Feuerstelle. Oh, meine Wunde ist endlich verheilt. Ich bin dabei. Hier unter das hier, das ist fertig. Ja, ja, dann... Hier am Feuer platzieren. Ich muss gerade gucken, wo ich das machen kann. Ja. Ich möchte... Ich werde mich darum kümmern, dass ich dann auch einen Steinkreis drum mache. Okay. Cora, geh da mal weg, bitte. Danke. Ja, aber du... Ich habe auch. Okay. Ja. Jetzt sendet es an. Ja, ich kümmere mich drum, ja. Einer von euch. Ich habe nämlich hier... Ich nehme das Fleisch mal. Soll ich mal Schnecken drumherum platzieren oder platzierst du das Fleisch jetzt gerade? Nico, ab was. Ich muss jetzt mal Feuer machen. Das dauert leider kurz. Weil meine das nicht immer gleich beim ersten Anlauf schafft. Ich kann das auch schnell machen. Soll ich Schnecken hinlegen oder legst du Fleisch? Ich lege Flaschen. Ich lege Flaschen. Oh, Leute, ich bin umgefallen. Ich hole dich. Ähm. Mal drauf gehauen auf den Nico, okay. Hä, wie mache ich nochmal Feuer? Jetzt schaffe ich es. Wie mache ich dann nochmal Feuer? Ich habe einen Handbohrer, aber ich kann... Nein. Ey, Leute. Ja. Du musst den Handbohrer nehmen, auf Benutzen klicken. Dann setzt er sich hin. Ah, ja. Und dann musst du ein trockenes Blatt reinziehen. Ich habe es nämlich schon vergessen, wie es geht. Ich muss schnell schlafen, sonst falle ich wieder um. Ja, ich mache mal Feuer. Machst du Feuer? Ja. Ich muss mich dann noch schnell waschen. Ich bin zu müde dafür. Ich lege mich dran. Ich stehe gleich wieder auf, warte. Nee, nee, alles gut. Ich lege mich an Schlafen. Weil wenn du zu müde bist, kannst du nicht, äh, richtig Feuer machen. Ach, deswegen war das vielleicht. Ja. Okay, ich bin wieder wach. Dann... Mann, dir bitte Feuer. Ich muss mich schnell... Ich muss mich schnell waschen gehen. Ja, bei mir geht's. Bevor ich Infektionen kriege. So. Waschen. Danke. Jetzt will ich aber auch gebratenes Fleisch dafür. Eines meines... Ein Fleisch von mir ist kaputt gegangen. Herzlichen Glückstrumpf. Danke. Nehmen wir auch das Fleisch, was da hängt. Ja, genau. Ja, ja, das ist genau das, was ich gerade nehme. So. Jo, ich muss was trinken. Ich bin komplett dehydriert. Da sollten wir genug haben eigentlich. Alex, wenn du Kokosnüsse findest... Ja. Am besten die ganze Kokosnuss mitnehmen. Weil man kann halt 40 Wasser in dieser Flasche speichern. Das ist halt ganz geil eigentlich, falls es mal nicht regnet. Okay. You know what I mean. Ja, 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 ja. Warte mal, ich hab irgendwas... Ach, ne, ich hab Wurm. Alex, hast du Nüsse zufällig? Ähm... Ne. Oder hast du einen Stein für mich oder drei? Warte mal, Steine hab ich, glaub ich, für dich. Ich hab aber auch Steine, warte mal. Ach so, okay. Oh, danke. Ich hab noch zwölf dabei. Danke, weil ich hab gar keine. Warte mal hier. Dann würd ich mich jetzt... Dann nimm, entlasse mich ein bisschen, dann kann ich besser... Ich brauch was zu trinken, okay. Ich nehm sofort auf. Einer muss das Riesenkrötenfleisch... Weißt du was, ich ess das jetzt. Das hat jetzt davon. Darf ich das nächste Fleisch essen? Da liegt ja zum Glück genug. Ich leg ja noch eins drauf hier. Okay, jetzt wieder mit dem Trinken, ja. Die Stimmen sind echt gruselig. Ja, das kommt da. Das kannst du gleich nehmen, da. Du Aui. Ich würde dann auch ein Fleisch nehmen, wenn's... Ach so, ja, du kannst auch gerne zuerst. Nee, nee, bei dir ist, glaub ich, dringender Grad. Mhm. Ich hab halt nur noch so, ich weiß nicht, ein Drittel geistige Gesundheit. Okay. Wie war ein Speer? Ein langer Stock und eine Steinspitz oder ein normaler Stock? Ein langer. Okay. Erstmal nehmen. Und essen. Ich weiß gar nicht, dass man... Ah. Ja, das hat der geistigen Gesundheit gut getan. Nice. Ich kann Blätter reinlegen und dann, ähm... Bleibt das, äh, vorher länger... ...fresh. Ich könnte auch Kohle rein. Ich hab ein Stück Kohle. Wo rein? Ins Lagerfeuer vielleicht? Ich glaub, das Fleisch ist fertig. Das Arafleisch. Ja, da hat jemand ein Seil übrig. Ja. Ja. Kannst du das da oben rein klatschen? Nico, ich glaub, dein Fleisch ist fertig, wenn du... Oh, ja. Leute, kann einer... ...die Fasern hier nehmen? Gerne. Dann könnt ihr nämlich auch Feuer machen. Danke. Falls das mal ausgehen sollte. Ach so, Mist. Ich muss ja erst das... ...dach, da hinklatschen. An den Dach. Knochen? Was sollte man mit Knochen machen? Sammeln? Nee, oder? Daraus kann man später, glaub ich, auch richtig geile Suppen machen. Wenn ich das richtige Spiel im Kopf hab. Also später, wenn wir kochen können... Ah, okay. ...mit so einer Art Topf. Und wir tun da einen Knochen rein, dann haben wir sowas wie eine Knochenmarkbrühe irgendwie. Aber du kannst auch Knochen sammeln und dann kriegst du Knochen-Spritzen. Also eher genau, Knochen-Nadel. Und damit kannst du dann wiederum dir Würmer rausziehen. Das geht auch, ja. Das brauchen wir sogar manchmal. Aber da ich schon den Nadel da hab, behalte ich den Knochen mal. Hier, nimm mal ein paar Pilze, esst je. Weil die verfallen sollst, hier vor deiner Nase. Das ist seriously, was ist... Hora, wohin gehst du denn? Ich dachte, ich hab dich da hinten gesehen, ich hatte noch mein Inventar offen. Das war ich. Nico, nimm du auch bitte ein paar und ess ein paar. Was denn? Pilze hier. Die verfallen sonst. Dann haben wir zumindest etwas im Magen. Klar. Und die steigern die geistige Gesundheit, Leute. Echt? Bei mir nicht. Dann hab ich vielleicht andere Pilze bekommen. Ach so. Nee, nee, du hast genau dieselben bekommen. Bei mir stand nur Kohlenhydrat und Energie. Ah, Nico könnte Würmer gehabt haben. Ah. Ich würde mal rohe Schnecken aufs Feuer legen. So, damit einfach was kocht. Oh ja, ich hab auch rohe Schnecken. Machst du das mal, ja. Ihr könnt hier drüben noch das Fleisch nehmen. Hier ist noch ein Stück. Und dann einfach aufs Feuer legen. Ach, da gehen nur zwei Sachen drauf. Ich lege die Schnecke mal daneben. Weißt du, was ich mache? Ich mache einfach noch ein neues Feuer. Direkt daneben. Ja, komm, ja. Ja, komm, ja. Okay, ich brauche Bananenblätter wieder. Bananenblätter, Bananenblätter. Meine Axt kaputt. Oh, meine Axt ist kaputt. Deswegen hat er so rumgeschrien. Hört ihr mal noch zwei Stücke? Ja. Warte, hier. Ich lege es hier vor mir auf den Boden. Danke. Bitte. Alex, hast du eine Axt gefunden? Ich habe eine gecraftet. So eine echte, richtige? Nee. Ach so, okay. Schon so eine Stein-Axt, oder? Ja, ja. Alter, wir haben ja voll die Bananenplantage vor der Tür. Ja, das sage ich ja. Aber bitte nicht die wegholzen, ne? Na, na. Ich mache die kleinen Pflanzen weg. Wo keine Früchte tragen. Ich mache ein kleines Lager für uns. Dafür brauche ich... Kleines Lager? Äh, so Seillager. Ach so, ja, ja, okay. Das können wir dann gleich machen. Kleiner Stocklager. Die Blumen hier, was machen die? Kann man die nicht kaputt machen? So, kleine Stöcke können wir zum Beispiel schon mal reinwerfen. Ich habe noch einen. So, Skrill, noch vier Schnitten. Ja, hat mir nichts zu tun. Okay. Ich habe schon gehört, Alex. Ja, ja, ich habe schon gehört. Ich gehe eine kleine Runde schlafen und hoffe mal, meine geistige Gesundheit davon eher besser wird als schlechter. Mal gucken. Oh Gott, langer Stock, langer Stock. Gott, überall braucht man lange Stöcke. Ja, das ist... Puh. Ich gehe mal... Ich gehe mal hacken. Hängen. Hängen. Wollen wir das Ritual dann hier auch machen? Ja, müssen wir. Diesen kleinen Feuer unter der Schale. Müssen wir, müssen wir. Geil. Die Schale. Ja, wir gehen.